So, die Kirche ist... Ui, ah, hier kommt er auch hoch, auf jeden Fall So, um... Gehen wir mal hier in die Richtung weiter, ui, ui, ui Seht ihr, ihr französische Sposten? Das ist ja ekelhaft! Nix ist, ich zieh mein Schwert schneller als du angreifen kannst Ja, da wird jemand... Oh, da versucht er es, und er versucht es! Und er sch... Wow! Oh, wow, 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 wow! Du konntest meinen Angriff, du Bückstück! Na, ich versuche es! Bam, 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 bam! Okay... Achso, Vibe! Ja, aber ich sei das Böse in ihren Augen! Das Pöse! Wer äfft sie auf den Posen? Aber meine Brüder sollen erkaufen, dass ihr ein Freund von mir seid! Ja, 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 ich... Weiß schon! Mein Gott, darf ich wieder nach vorne gucken, bitte! Je, ich darf wieder nach vorne gucken! Ich war's nicht! Hm, der Turm sieht nicht so hoch aus, langweilig! Ähm... Nein! 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 Einfach mal nein, Junge! Das ist so gar nicht die richtige Richtung gewesen! Oh, sehr weit ist es nicht mehr! Oh, hier... Von den Mauern aus... Puh... Sieht schön aus, der Hof! Ui, bloß ich daneben springen! Ob... Na, lass... Ich hab doch fallen lassen, den macht! Was für ein Narr! Was für ein Narr! Was für ein Narr! Oho... 3.000 Seelen, Wilhelm! Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten! Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten! Ihr wisst es! Ich tat euch einen Gefallen! Ha, 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 ha! Oh, ja! Einen großen Gefallen, fürwahr! Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen! Ich kenne unseren Feind! Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt! Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden! Ich tat, was recht war, was billig war! Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten! Aber das sehe ich hier nicht! Nein! Ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt! Eure Worte sind höchst ungnedig, mein Lehnsherr! Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient! Ihr seid der Regent von Akon Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren! Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer! So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergolden würde, ich habe einen Krieg zu führen! Wir setzen das ein anderes Mal fort! Dann lasst euch nicht aufhalten! Eure Hoheit! Yo! Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben! Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will! Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt! Barnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird! Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt! Ja, mein Herr! Natürlich nicht! Der Rest von euch! Folgt mir! Darf ich auch folgen? Ich glaube nicht! Hier steht keine Wache, oder? Doch jetzt schon! Doch, die normale Leute gehen da auch! Nein! Ich einfach bitte ihn mitgehe! Das ist gut! Das ist gut! Leute, lass mich mal vorbei! So, wo ist der Kerl jetzt hin? Verdammt! Ich war ein bisschen langsam! Ähm... I'm sorry! Doch nicht dafür, dass ich deine Sack kaputt mache! Oh, oh, oh! Ich glaube, die mögen mich hier nicht! So! Ich glaube, ich muss da nach rechts! Wie es aussieht! Wie es aussieht! Wer wird wiederkommen! Ja! Wahrscheinlich nicht! Was ist die mit zu werden? Darf man auch nicht mal verstanden sein, denke ich mal! Okay! So... So! 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 Hm! Denn das ist es nicht. Ich bin da oben! Daher sind sie. Komm ich da drüber? Shit Okay Hier hoch versuchen wir es dann Ah yes Hier kommt man schön rüber Das endet am heutigen Tag Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen Ob ihr mir zustimmt oder nicht Das solltet ihr Es ist eure Schuld Ihr habt Schande über uns gebracht Geschick und Entschlossenheit haben uns Akron gewonnen Und sie werden erforderlich sein um es zu halten Ich war nachsichtig Aber jetzt nicht mehr Ihr werdet Pärtaut öfter üben Vermasst ihr dadurch ein Mal oder eine Nachtruhe Dann ist es so Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken Werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen Führt sie vor Oh oh Da noch wartet Ihr werdet beschuldigt auf Wache gehurt Und getrunken zu haben Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen Mein Herr Bitte Wir dachten uns nichts dabei Wir haben uns vergessen Es kommt nicht wieder vor Nein Sicher nicht Ganz sicher Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche Er soll ausgerissen und getilgt werden Auf das eine Ausbreitung verhindert werde Habt ihr mich verstanden? Ja mein Herr Natürlich Zu eurem Befehl Gut gut Oh da ist es auch schon mal her Ruht aus Eure Ränke sind gescheitert Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt Für Konrad Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig sein Heer zu führen Geschweige denn ein Reich Und Richard Der Orchenon ist nicht besser Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild Akon gebührt keinem von ihnen Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk Ihr erdreistet euch für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung Schindet sie ohne Gnade Zwingt sie in den Frohendienst für euch Alles das geschah um sie für die neue Welt vorzubereiten Ich nehm ihnen die Nahrung? Nein Ich nahm sie in Verwahrung Damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde Schaut euch um In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten Außer denen die von euresgleichen verübt werden Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin Das kann schwerlich Unrecht sein Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt Eure Taten sind grausam und müssen enden Wir werden sehen wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden Ihr befreit die Städte nicht wie ihr glaubt Sondern ihr verdammt sie Und am Ende Tragt nur ihr die Schuld dafür Ihr Der ihr von guten Absichten sprecht Tja Gute Absichten Oh Ich stehe in der Mitte von Typen Oh shit man I have a problem I have a serious problem Okay warte Andere Richtung Ähm Aber so bin ich schön über die Kerle rüber gekommen Perfekt Genau so muss das Oh shit Komm an die Leiter An die Leiter An die Leiter Scheiße Auf die Leiter kann ich nicht mehr da Leute draußen Shit man Autsch Oh jetzt schaffe ich's aber hier raus Mein Gott So ich muss über die Mauer Das Toll ist zu Hat der Kerl mir gesagt Warte mal Was sollte das für ein Sprung sein Hoch Höher Noch höher Du holst dir niemandes Kopf Warte mal Fuß auf die Mauer Oh Nicht da rein Dann drauf solltest du Naja Hier Ist auch ein Leiter Für mich bereitgestellt Ich danke sehr Ne 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 ist nicht Du wirst Deine Okay Jetzt werden wir zufrieden Ähm Ich versteck dich wie eine Sarte Komm das schaffst du Sehr schön Ich bin versteckt Yay Hier hast du wieder mal geschafft Ding Dang Dong Bist er läuten die Glocken Ding Dang Dong Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh Ich bin Ich bin Ich bin